Wenn man auf der A31 direkt am Ems-Tunnel die Erbfahrt Jemgum nimmt, dann aber Richtung Bingum fährt, gelangt man direkt zum Café Kuchenliebe. In dem kleinen, nostalgisch gemütlich eingerichteten Café gibt es echten Ostfriesentee mit Kluntje und mit Möwenschiss. Ja, es dauert ein bisschen, bis sich die kleinen Wölkchen bilden und immer dran denken, umrühren ist in Ostfriesland eine Todsünde. Eine große Auswahl an leckerem Kuchen gibt es natürlich auch. Wie gesagt, direkt an der Hauptstraße in Bingum.